Wir denken Wano Kuni wird von Orochi und Kaido regiert. Was aber wenn dem nicht der Fall ist? Steckt dahinter noch jemand viel größeres und gefährlicheres? Wer das sein könnte erzähle ich euch noch einem kurzen Intro Oder erwähnte hier eine Legende die in den Schatten liegt und demnächst auftauchen wird. Zudem sagte er, dass in Wano Kuni ein Krieg stattfinden wird, der den Marineford War in den Schatten stellt. In Kapitel 907 wollte Kizaru nach Wano Kuni um Kaido aufzuhalten, doch Akaino stoppte ihn. Da es wohl in Wano Kuni eine unbekannte Militärstreitkraft gibt. Kizaru fragt ob er die Samurai meinte. Danach switcht die Szene rüber zu Hina und Garb. Hina sagt selbst ohne ihren Kapitän steigt ihre Stärke weiter an. Garb erwähnt dass es schlecht wäre wenn sie zurückkehren würden. Die Rede hierbei ist von den Rocks Piraten. Eine Bande die noch vor Roger die Weltmeere beherrschte. Es wurde schon zweimal ein Hinweis darauf gegeben, dass sowohl Kaido als auch Big Mom Teil dieser Bande war. Und es wird auch weiterhin spekuliert ob nicht auch Whitebeard und Miss Barkin dazugehört haben sowie auch Shacky. Garb bezwang wohl den Kapitän dieser Bande und wurde deshalb Held der Marine genannt. Bis heute wissen wir aber nicht ob dieser Kapitän wirklich gefangen genommen wurde oder ob dieser sich irgendwo versteckt hält. Und wo könnte man sich besser verstecken als in Wano Kuni. Einem Land welches abgeschnitten von der Welt ist, wo selbst die Weltregierung keine Macht hat. In Kapitel 929 sprach Orochi mit einigen CP Zero Mitgliedern und sagte er hätte keine Angst selbst wenn die Marine und die Weltaristokraten alle ihre Mächte schicken. Denn er habe ja Kaido an seiner Seite. Das Problem an der Sache von Kaidos Einführung wissen wir, dass er des öfteren schon besiegt und gefangen genommen wurde. Sollte dies nicht Orochi auch ein wenig einschüchtern. Außer Orochi weiß, dass dort noch eine Macht hinter Kaido steckt von der wir bisher nichts ahnen. Es gab dann noch ein Gespräch zwischen Basil Hawkins, Zoro und Ruffy wo Hawkins fragte ob sie denn eigentlich wissen wer Wano Kuni aus den Schatten heraus kontrolliert. Ruffy spuckte natürlich gleich aus Kaido. Was aber wenn Oda uns hier nur ein wenig trollen will. Denn dieses Gespräch gibt uns ansonsten eigentlich gar nichts, denn der Leser weiß ja schon lange, dass Kaido hier regiert. Wozu also dieser Dialog wenn da nicht mehr dahinter steckt. Werden wir den Kapitän der Rocksbande sehen? Wird durch ihn ebenfalls die Streiterei zwischen Kaido und Big Mom beendet werden und bringt uns das zum größten Krieg, den die Welt jemals gesehen hat. Wir werden es sehen. Was haltet ihr von dieser Theorie? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und wie immer wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Like und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, über einen Druck auf den Abo Button. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.